Hallo! Willkommen zu einer weihnachtlichen Runde Sovaivio, gemeinsam mit Rudi in Aka Jesus. Ho ho ho! Hallo Jesus! Hallo! Wo sind wir denn hier? Warum liegt hier Schnee? Ja... Ähm... Warum habe ich einen Helm auf? Äh ja, es gibt irgendwie so eine Weihnachts-Map hier... Fliegt ab und zu einen Schlitten drüber, der droppt auch Airdrops und es gibt Schneebälle, die niemand benutzt. Aber es gibt sie. Ja. Wir könnten sie ja benutzen. Oh, wir können zum Airdrop gehen. Wo ist denn der? Am anderen Ende der Map. Perfekt. Oh ja, aber da ist eine Halle. Oh, hier ist ein Geschenk! Oh, mach mal auf! Seien die die ganze Zeit schon so aus? Äh, warte, ich guck mir die Waffe an und dann sag ich's dir. Ja, das ist eine normale Strohflinte. Achso, nee, nee, ich meine, die Kiste hatten dir die ganze Zeit Geschenke drum? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hab das jetzt nicht wahrgenommen bis jetzt. Ich auch nicht. Wir haben gerade bei Klaus eine Runde aufgenommen, die könnt ihr angucken. Oh, oh, oh! Oder vielleicht mehr, keine Ahnung, wir gucken mal. Oh Gott! Und ich hab bei jedem Schuss ein Leck jetzt gehabt. Oh, 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 oh. Ja, ich sterbe nicht, keine Sorge. Alles gut, ich bin safe. Ich hab ein HP, wie du siehst, und deswegen bin ich safe. Warte einfach, bis er nachladen muss. Ich lenke ihn ab. Okay. Aua. Also, das ist echt krass, wie wenig man aushält ohne Rüstung. Ja. Hallo, wir leben wieder. Ich hoffe, ich hab die Jurokla besiegt. Hier haben aber alles geschlossen, was existiert. Die Jurokla besiegt. Ja, der bringt halt ne Grafikkarte nix bei, wenn der Browser leckt. Ja. Das macht ne Grafikkarte auch nicht. Ah, ah, ah! Frohe Weihnachten! Oh Gott, ich weiß nicht, wer wer ist! Okay, es hat wieder geleckt. Happy Birthday! Das ist nicht nur deswegen, bist du gestorben. Ja, nur wegen dem Leck, nicht im Sterben kam der Leck oder so. Hallo, tötet mich! Hallo, tötet mich doch! Oh, danke! Und fast! Wein fast! Ein Schneeball fast! Ich geh mal in den Bunker rein. Weinkeller? Hä? Ich geh mal hier ein bisschen mich umgucken. Ja, den Weinkeller? Den kenn ich, den hab ich schon öfter gesehen. Wie? Also, das ist nicht für die Map hier Thematik. Ich wollt grad sagen, wie passt die Thematik zu Weihnachten? Also, man trinkt da Wein. Die meisten Pisten hier haben, äh, Schnee draufliegen anstatt Geschenkpapier. Ha! Wusstest du's doch! Auf das Thema zurückzukommen. Alter, Level 2 Helm. Cool. Unbesiegbar. Hast du Waffen? Brauchst du eine? Ich kann dir welche geben. Ich hab zwei, die achten. Komme. Durch den Keller. Ja, nevermind. Oben links noch einer. Okay. Den kriegste. Alter, warum sind da zwei? Ja, I guess, das wusste ich nicht. Mach den Weihnachtsschoppen hier kaputt, so. Oh, oh. Ah, schade. Der hatte auch einen Kevlar und alles. Also, der hätte so oder so weggetankt. Das wäre schade. Ja, als Weihnachtsspecial wollen wir hier gerade versuchen, so viele Runden wie möglich in kurzer Zeit zu spielen. Ich finde, wir schlagen uns gut. Ja. Wir sind nur Schneeballkisten. Okay. Das wird ne Schneeballrunde. Was mit denen, die da Waffen haben? Schneeball sie. Hui. Hab keinen Schneeballbär. Null Schaden. Ich glaub, nur der aufgeladene macht Schaden. Okay, wir haben ihn gelernt. Nur aufgeladene Schneebälle sind gut. Ey. Wir haben hier einmal einen gelben Container gesehen. Seitdem wollten wir den wieder suchen, aber nie wieder haben wir einen gefunden. Ja. Container City, hier müssen Waffen sein. Ich hab ne Schrot. Ich hab ne Tepler. Gute, die so rumsprayt. Gibt nur eine gute Schrot. Ne, es gibt zwei mittlerweile. Hier ist ein Zweier drin. Ein Zweier. Oh, ich seh's. Ist da bei dir ein Typ? Ja. Wo ist der? Der rennt nach oben weg, aber der wird abgeschossen. Ich hab keine Waffe, also ich kann nur melee'n, was ich jetzt tun werde. Hab einen. Okay. Easy. Ich glaub der eine, der weggerannt ist. Ja, das könnte sein Maid sein. Was ist das für ne Waffe? Hab ihn. Hohohohoho. Hohoho. Schön an die Ecke. Ja, ich nehm mal das kleine Ding da. Ja, ja, wir sind ja hier. Drinnen versteckt. Ups, ich hab mich selber abgeschossen. Soll ich mich heilen? Ne, ne? Ne. Wir wollen ja wieder kurze Runde. Hier zwischen den zwei Bombenfässern bin ich, bin ich ja gut. Okay, kann mich mal. Wenn du ein bisschen was brauchst, ich kann dir was Fußzeit geben. Ne, 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 ich hab genügend. Der Erdrock, wo ist der? Über uns. Mehr kann ich nicht sagen. Wie weit? Das ist noch nicht auf der Karte. Ja, doch, doch, doch. Über Fall Forest. Der ist bei dem rechten Gebäude da, dem braun. Da war der. Oh, soll ich weiter bandagieren, anstatt auf die Karte zu gucken. Ne, 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 ne. So. Okay. Das noch. Unter uns, unter uns. Alter, spinnt der? Sein Maid kommt bestimmt von oben. Ja. Oh, der hat die Spaß. Willst du die haben? Wer hat die Spaß? Wo? Also jetzt ich, aber wenn du willst, kannst du die haben. Ne, ne, ne. Nutz ruhig. Du bist immer gut damit. Hast du mit deinem 5 Millionen Schaden gemacht? Ja, die ist halt einfach, die ist einfach broken. Die ist so geil, die Waffe. Ja, das ist ja irgendwie gut, wenn es so coole Waffen gibt, wo man sich halt so richtig freut, wenn man die bekommt. Also ich mag die Schuppeln halt auch sehr. Aber ich hab nur noch 4 Schuss. Wollte mal meine M14 416080 benutzen. Lass mal hier durchschwimmen. Okay. Äh. Oder auch nicht Weihnachten. Der hat auch nicht gedacht. Frohe Weihnachten. Geschenk für uns. Ja. Das ist mein Geschenk an dich. Und kein Kuss. Oh. Jetzt will ich's nicht mehr. Wenn's kein Kuss ist. Stimmt, warum gibt's hier eigentlich keinen Mistletoe? Doch gibt's doch solche Büsche. Alter, was ist das denn für ein Geld? Oh, Alter. Richtig krass. Hast du keinen Rucksack? Warte, nimm mal meinen Rucksack. Dann. Ah, ich kann den nicht ablegen. Ups. Sorry. Ich kann ja 75, ich kann einmal nachladen. Ja, ich nehme einfach das Zeug mit und gib's dir dann später. Alter, was hast du für eine IQ? 5 Millionen? Richtig krass. So, wo wollen wir hin? Wollen wir da hochgehen? Ja, komm, lass mal hochgucken. Ja, wir können auch zu dem Drop gehen, wo der vorhin war. Vielleicht hat dann ja keiner gelootet. An nem Haus. In der Mitte der Map, ja. Weiß er nie. Ah, hier war gemetzelt. Vielleicht liegt der ja an nem Rucksack. Hat er diese Legs? Ja, hier ist ein Rucksack. Siehste, er hat's schon garantiert. Ich hol mir jetzt ein extra Surviveo Browser. Okay. Okay. Oh, das ist so gut. Der Schleifo 3 Kevlar liegt da unten einfach drin. Lol. Nice. Ich hab dir die Muni hingelegt. Achso, ich sollte den Rucksack dafür aufnehmen, oder? Oh, 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 oh. Ich heil mich kurz, ich heil mich kurz. Oh, Weihnachten! Oh Gott, die, 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 warte, ich heil mich auch kurz. Oh, ja. Ne. Rette mich. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich überlebe. Oh, die erste gute Runde und ich verkack so. Ah, mh. Ja, ich hab auch verkackt. Schnell wegklicken, bevor man einen Schaden sieht. Hey, das ist unsere Runde. Das ist unsere Runde. Ja. Ich hab das im Schnee. Ja, ohne Modato schaffen wir einfach nichts. Und ohne Manu. Ne, stimmt. Aber Manu hat einfach keine Zeit mehr für uns. Ja. Oh. Mutter Russland. Schenk mir was Gutes. Oh, ne Schrotflind und ein Zweierhelm. Okay. Manu ist einfach ein Hater. Der hat halt gemerkt, dass wir besser sind in dem Game. Hast du es kaum nicht? Äh, doch. Ich bin immer abgelenkt, wenn ich Manu flame, weil dann fange ich an zu schwitzen und werde nervös. Oh, warte. Wie will ich es haben? So. Äh, Weinsatzblut. Rechts von uns ein paar Meter. Ah ja, dann. Der ist auch am Schluss, der sollte relativ safe sein. Da ist einer mit zwei Pistolen. So viel zum Safe. Ich hab mich angelogen. Ich hab ein bisschen angeschossen. Oh, da kommt noch einer. Oh Gott. Hast du einen? Beide? Ne, einen hab ich. Den hab ich. Ja, du hast die gefinisht und ich loot die. Mach das, ich heil mich. Ich heil mich. Die Meter. Voll ich loote. So. So. So, hoffentlich sind da die krasse Teile drin. Oh, ich wollte hier aufspoten. Oh, das ist die nochmal. Achso. Und ein großer Rucksack. Diesmal. Dann nehme ich einen kleinen. Ah, die gehörte ich mir. Oh, die Weihnachtskleinung. Ja. Ho, ho, ho. Motherfucker. Ja, erstmal ein Schmerzmittel. Nach dem Witz. Level 1. Nice. Ah, ich hab schon. Guck, in dem sind auch Sachen drin. Immer in diesem bisschen mit Zeug drauf. Aber ich glaub leider relativ schlecht ist nur. Da ist ein Haus. Da ist ein Klappler drin. Da würde ich gerne rein. Ja, genau deswegen. Das ist sogar noch nicht geplündert. Fuck. Ich mach dir alles auf. Oh. Ach, machs Kopf. Okay. Ich wüsste nicht, dass die Sachen einfach offen so rumliegen. Ist das ein Zweierrucksack? Yes. Yes. Auf jeden Fall kein Einser. Yes. Ja. Hier kommen wir rein. Ja. Ey. Ich lade mal ne Minute nach und dann komm ich. Geh mal wieder zurück, weil sonst sterbe ich wieder. Fuck. Na, was willst du? Ja, ich komm. Von links kommt auch noch einer. Ja. Der hat ne Liederkarnung. Du darfst weihnachtlich sein. Lass mir das Medi-Kick. Oh, gerne, gerne. Oh. Gerne weihnachtlich. Alter, ich seh nichts mehr. Ich bin so klein. Ich auch nicht. Ich loote einfach nur durch, was du gelootet hast, was halt zurückkommt. In der Hoffnung. Du hast die Weihnachtskleidung nicht. Du hast normales Rot. Hä? Hä? Habe ich sie falsch aufgefunden? Ja. Ich hab die nicht gesehen. Behalt die Rote. Da sind wir beide weihnachtlich. Achso. Okay. Ich bin dann Santa Claus. Und du bist ja weihnachtlich. Achso. Was bin ich dann? Zombie. Santa Zombie. Ich bin Weihnachtself. Da ist ein Busch. Vielleicht ist da was drin. Grüß Rudolf. Also ich seh hier die ganze Map. Da rechts kommt einer mit zwei Pistolen. Komm lass den. Okay. Der ist einfach nackt. Oh. Läuft einfach nackt. Ich komme. Er geht in den Bunker, glaube ich. Ja. Bin unterwegs. Oh, da ist er. Habe ihn ein bisschen angeballert. Ja. Ich geh mal rein. Er ist nach rechts. Push it to the limit. Jawoll. Der hatte keine Chance. Muni Equip. Hast du noch grüne Muni? Ja. Ja. Kann ja auch noch mehr. Ich hatte nur 200 Schuss. Deswegen. Es sind halt drei Magazine bei dem Ding. Achso. Okay. Okay. So. 14 Leute. Warte. Ich nehme mal zwei Sodas. Bin jetzt mal ein bisschen präventiver unterwegs. Ja. Dann nehme ich auch was. Den werde ich immer aufs Maul bekommen. Hast du einen Vierer und einen Achter oder nur eins? Nur einen Achter. Ah. Okay. Wolltest du mal einen Achter haben oder warum? Ne. Deinen Vierer dann. Geobacht den Wald. Gehen wir da hin? Er drauf links. Da sind zwei. Genau vor dir. Alter. Wie viele? Der hat einen Dreier. Ja. Das ist nicht mehr. Okay. Den erstmal down machen. Ja. Wie man es kennt von mir. Ich stute einfach mal durch. Warte. Nein. 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 Ich komm hier nicht hin. Okay. Warte. Lass mich gegen die Wand sprayen. Okay. Ich kann. Irgendwann wenn sie aufmachen. Weil ich gegen die Wand. Oh fuck. Ah ne. Wir müssen nicht raus. Sollen wir durch rennen? Wenn die nochmal aufmachen? Ich glaube die gehen raus. Ja. Ich glaube die sind gegangen. Dann lass uns nach links wieder. Ja. Warte. Ich nehme noch eine Soda. Wir kommen nur noch nach unten raus. Okay. Ja. Ja. Ich nehme noch eine Soda. Ich nehme die erst wenn ich draußen bin. Okay. Klingt klug. Bleib mal nach meine 100 Schuss Waffe. Wie wäre es damit? Viel Schuss habe ich nicht mehr. Sieben Leute leben noch. Ja lass uns ein bisschen zurück halten. Okay. Du weißt dass ich das nicht kann. Lass die Buse sich gegenseitig töten. Da ist. Der hat den Wand aufsatz. Ja. Oh ich hab den mit der Diegel getötet. Oh hier ist ein Vierfach. Der mit der Diegel ist tot. Okay. Hab seine Diegel genommen. Am Loot sind zwei Stück die sich bekämpfen. Achtung. Einer davon hat auf dich geschossen. Ja ja. Oh. Ja genau. Ah. Komm schon. Oh fuck. Keine Muni mehr für die Waffe. Ich geh mal hier kurz in den Container und feil mich einmal. Okay. Tut einfach das ganze Zeug. Wo geht die, die Zone geht bis hier. Als ob der jetzt diese dumme Kiste öffnen will. Von unten kommt noch einer. Von unten rechts ne. Der in der Zone war. Der war doch einer hier. Da ist er doch noch. Ja. Einfach mal reinballern wie dumm. Oben kommt einer. Ja okay. Okay. Oh schön. Wie viel der aushält. Da oben kommt noch eins weiter. Ich hab mich kurz. Ah der andere ist tot in der Zone dann. Weil es leben nur noch hier. Der läuft immer noch rum. Seh nicht. Ah jetzt. Haben ihn einmal mit der Diegel getroffen. Okay. Ich lad nochmal nach. Hab ihn. Easy. Gewonnen. Gewonnen. Easy. Alter und ich hab Schaden gemacht. Alter bist du abgegangen. Hahaha. Nice. Wie gut. Ging doch klar. Dann war es eine kleine Runde Survival. Gemeinsame Klaus. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bitte schießt nicht mit Waffen durch die Gegend. Das ist gefährlich. Und ruft dabei ho ho ho. Motherfucker. Und nehmt danach ein Schmerzmittel. Das ist beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.